Andrea Berg – Trauriger Hintergrund – Das steckt wirklich hinter ihrem Erfolg Andrea Berg ist eine der erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands. Doch hinter ihrem Erfolg steckt eine traurige Wahrheit. Du hast mich tausendmal belogen – ist einer der bekanntesten Hits von Andrea Berg, 57. Doch hinter dem Schlagersong, der bei Konzerten, Feten, Discoabenden von allen mitgesungen wird, steckt eine traurige Geschichte. In der Vergangenheit wurde die Sängerin von Männern oft betrogen. Den wohl schlimmsten Verrat erlebte sie mit Ex-Mann Olaf Henning, 55. Nach nur wenigen Ehejahren ging Henning bereits fremd. Die Ehe zerbrach – und Andreas Herz gleich mit. Ihren Schmerz schrieb sie sich mit Songs von der Seele. Und heute kann die 57-Jährige stolz behaupten. Den miesesten Kerlen verdanke ich meine größten Hits. Andrea Berg – Verlassen zu werden – ist auch immer eine persönliche Niederlage. Ich bin von Männern richtig nach Strich und Faden belogen und betrogen worden, blickt die Schlagersängerin traurig zurück. Wie das neue Blatt berichtet. Jedes Mal, wenn sie sich neu verliebte, hoffte sie, endlich den richtigen Mann gefunden zu haben. Aber jedes Mal aufs Neue wurde ihr Vertrauen missbraucht. Als Andrea Berg 2001 dann aber den Musiker Olaf Henning kennenlernte, dachte sie, es würde endlich anders werden. Sie verliebte sich Hals über Kopf und nach nur wenigen Monaten heiratete sie diesen Mann, den sie kaum kannte. Ein Fehler. Wie Papa Hans-Jürgen, 69, bereits ahnte. Der Rentner war gar nicht begeistert von seinem Schwiegersohn. Er hegte den schlimmen Verdacht, dass der seine Tochter betrügen würde. Der damals 60-Jährige engagierte heimlich einen Privatdetektiv und ließ seinen Schwiegersohn beschatten. Leider traf genau das ein, was Hans-Jürgen bereits vermutete. Der Musiker war Andrea Berg untreu. Die Beweise legte Papa Berg seiner Tochter vor. Für die Schlagersängerin zerbrach eine Welt. Wieder einmal. Olaf hat mich tief verletzt, gesteht Andrea Berg noch heute, zitiert das neue Blatt. Daraufhin reichte die gebürtige Krefelderin die Scheidung ein. Danach wollte sie ganz neu anfangen, alles hinter sich lassen. Doch immer wieder holten ihre Dämonen sie ein. Immer wenn sie wieder jemanden kennenlernte, kämpfte Berg mit Selbstzweifeln und Verlustängsten. Verlassen zu werden, ist auch immer eine persönliche Niederlage. Eine der Dämonen sie ein. Ostern sch crack und leicht empfindliche Verlassen Sie einfach mal bitte weiter. Vielen Dank.